Das Jahr 2019 ist vorbei und auch wenn es noch keine offiziellen Berichte von den Herstellern gibt, können wir schon mal ein Fazit ziehen. Und das machen wir jetzt. Wir sprechen mal über Airbus und Boeing im Jahr 2019. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe es geht euch gut. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch ja sogar noch daran. Der beste Verkäufer beim europäischen Flugzeugbauer hieß lange Zeit John Lehigh oder wie auch immer sein Name ausgesprochen wird. Dieser Mann sorgte bei Airbus dafür, dass sich die Kunden, also die Fluggesellschaften wohlfühlen und dass Verträge unterschrieben werden, mit denen beide Seiten wirklich etwas anfangen können. Im Jahr 2018 hat er den Flugzeugbauer nach ungefähr 16.000 verkauften Flugzeugen allerdings verlassen und genießt jetzt seinen Ruhestand. Tja, und wer hätte gedacht, dass Airbus im Jahr 2019 einen so verdammt guten Ersatz findet? Und das dazu auch noch mehr oder weniger kostenlos. Im Jahr 2019 war der wahrscheinlich beste Verkäufer von Airbus-Flugzeugen der amerikanische Flugzeugbauer Boeing. Denn die haben mit der 737 Max nicht nur ein Flugzeug gebaut, das irgendeine Kinderkrankheit hat und jetzt eine Weile am Boden stehen muss, sondern sie haben ein Flugzeug gebaut, das treuen Kunden des Unternehmens jetzt Stück für Stück immer und immer weiter Millionen aus der Tasche zieht und das Vertrauen in den Flugzeughersteller und seine Flugzeuge nachhaltig geschädigt hat. Ich meine, wer hätte denn im März 2019 gedacht, dass die 737 Max jetzt tatsächlich so verdammt lange am Boden stehen bleiben muss und sich dabei beim Flugzeughersteller auch noch ein Unding nach dem nächsten offenbart? Naja gut, eventuell hat es der ehemalige 737 Max-Chefpilot erwartet, aber auf den hört ja eh keiner. Das ist dann aber auch wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall, die finalen Zahlen für das Jahr 2019 werden uns die beiden größten Flugzeughersteller der Welt schon in wenigen Tagen liefern. Das, was da kommt, ist aber auch schon jetzt ziemlich klar. Schauen wir dafür mal ein kleines Stück zurück. Im Jahr 2018 hat Airbus insgesamt ganz genau 800 Flugzeuge ausgeliefert. Schon mal eine ganze Menge und wie eigentlich immer ein Rekordwert. Tja, auf der anderen Seite Boeing, die haben 806 Flugzeuge im Jahr 2018 ausgeliefert und das ist ein kleiner, aber feiner und durchaus vorhandener Unterschied. Das brachte logischerweise eine bestimmte Frage mit sich und zwar, ob Airbus es nach langer Pause mal wieder schaffen könnte, im Jahr 2019 Boeing als größten Flugzeughersteller der Welt abzulösen. Und darauf jetzt eine klare Antwort zu geben, ist nicht schwer. Natürlich haben sie es geschafft. Airbus ist aktuell der größte Flugzeugbauer der Welt. Nichts Neues an diesen Zahlen war dabei schon letztes Jahr, dass der größte Anteil, der mit Abstand größte Anteil bei den ausgelieferten Flugzeugen natürlich durch die Standard-ROM-Flugzeuge erzeugt wurde. Airbus hat fast 630 Maschinen aus der A320-Familie verkauft. Bei Boeing waren es 580 Flugzeuge aus der 737-Familie. Dabei war der Anteil der 737 Max Flugzeuge schon bei ungefähr 50 Prozent. Das ist ganz nebenbei, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, übrigens ein Punkt für den amerikanischen Flugzeugbauer. Denn das, was sie auf Seite der Standard-ROM-Flugzeuge im Vergleich zu Airbus im Jahr 2018 weniger gebaut haben, haben sie auf Seite der teureren Langstreckenmaschinen, auf Seite der teureren White Buddies, natürlich mehr gebaut. Zum Beispiel 145 Boeing 787 konnte man beim amerikanischen Flugzeugbauer im Jahr 2018 ausliefern. Das sind über 50 Maschinen mehr, als Airbus vom A350 gebaut hat. Eine Zahl ist jetzt aber auch noch ziemlich wichtig, und zwar die Neubestellung des Jahres 2018. 806 Flugzeuge ausgeliefert und 893 neue Flugzeuge bestellt. Das waren die Zahlen bei Boeing. Ziemlich fantastischer Wert. 800 Flugzeuge ausgeliefert und 747 Neubestellungen waren das bei Airbus. Das ist auch ein ganz guter Wert. Allerdings in den letzten zehn Jahren erst das zweite Mal, dass Airbus weniger Neubestellungen einsammeln konnte als Boeing. Aber warum erzähle ich euch eigentlich die ganzen veralteten Zahlen aus dem Jahr 2018? Ganz einfach, damit wir das jetzt richtig vernünftig vergleichen können. Denn das Jahr 2018 war im Vergleich zum Jahr 2019 ähnlich gut für die beiden Flugzeughersteller. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und jetzt im Jahr 2019 sieht das halt ein bisschen anders aus. Aber lass uns erst mal kurz überlegen. Wir haben eben geklärt, größter Anteil an den Auslieferungen bei beiden Flugzeugherstellern haben die Standard-Rumflugzeuge. Also größter Anteil bei den Auslieferungen auf der Boeing-Seite hat die 737. Davon im Jahr 2018 50% 737 Max. Das ist ein Wert, den man im Jahr 2019 natürlich massiv erhöht hat. Die Produktion der 737 NG wurde Stück für Stück immer weiter heruntergefahren. Es gab auch nicht mehr so viele offene Bestellungen. Und die Produktion der 737 Max hingegen wurde zumindest bis März 2019 massiv gesteigert. Im Jahr 2019 hat Boeing übrigens auch die letzte 737 NG für eine Fluggesellschaft gebaut und ausgeliefert. Die Maschine ging gerade erst vor wenigen Wochen, jetzt im Dezember, mit massiver Verspätung an KLM nach Amsterdam. Bis dahin hat man fast 5000 Boeing 737 800 produziert und fast 7000 Flugzeuge aus der 737 NG-Reihe überhaupt. Das ist eine ganze Menge. Das bedeutet aber auch, dass im Jahr 2019 definitiv der Punkt erreicht wurde, an dem man die zivile 737 Produktion zu 100% auf 737 Max umgestellt hatte. Was wiederum jetzt in diesem Monat bedeutet, da man die 737 Max Produktion ja jetzt komplett gestoppt hat, dass man bei Boeing seit 1967 das erste Mal keine zivile 737 mehr produziert. Offen sind jetzt nur noch ein paar wenige Exemplare der militärischen Version der Boeing 737. Und mit diesem Wissen können wir vom geplanten Auslieferungsziel 2019 bei Boeing schon mal direkt die fast 400 vorproduzierten Boeing 737 Max abziehen, die man alle in den letzten zwölf Monaten gebaut, aber nicht ausgeliefert hat. Plus die Flugzeuge, die durch eine ursprünglich mal geplante Steigerung der Produktionsrate der 737 Max ja eigentlich noch hätten gebaut werden sollen. Und da wir eben ja schon mal einen Blick auf die Zahlen des Jahres 2018 bei Boeing geworfen haben, lässt sich da jetzt ziemlich easy erkennen, was das alles für fatale Folgen hat. Bestätigt sind bis jetzt zwar nur die Auslieferungszahlen bis November 2019 bei beiden Flugzeugherstellern. Wie gesagt, die Zahlen für das komplette Jahr kommen ja aber in ein paar Tagen. Und bei Boeing stehen da bis November 2019 insgesamt 345 ausgelieferte Flugzeuge. Bei Airbus auf der anderen Seite findet man dort 725 ausgelieferte Flugzeuge und es ist ziemlich klar, woher dieser riesige Unterschied kommt. Die exakten Zahlen für den Dezember und damit für das komplette Jahr kommen jetzt irgendwann in den ersten beiden Januarwochen, aber die Flugzeuge wurden ja schon ausgeliefert und man hat ja so ein bisschen was mitbekommen. Wir haben alle gesehen, wie die Flugzeughersteller alles daran setzen, jetzt noch alle möglichen halbfertigen Flugzeuge auf den letzten Drücker rauszuschieben, um sie auf jeden Fall noch mit in diese Statistik packen zu können. Ihr erinnert euch bestimmt an die 7 Boeing 787-9 für Qatar Airways, die vom Boeing-Berg in Seattle aus mit dem klitzekleinen Umweg über Doha nach Victorville in die USA geflogen sind, um dort jetzt in der Sonne zu parken und zu warten, bis sie dann irgendwann mal wirklich fertiggestellt werden. Aber man hat sie mit in der Statistik für 2019. Und trotzdem, Boeing dürfte im Jahr 2019 bei unter 400 ausgelieferten Passagierflugzeugen rauskommen, was echt ziemlich miserabel ist. Währenddessen bei Airbus, da hat man nochmal einen Rekorddezember hingelegt und so wie es zum aktuellen Zeitpunkt aussieht, nach aktuellsten Informationen, in den vergangenen vier Wochen nochmal über 130 Flugzeuge ausgeliefert, was wirklich Rekord ist, mit Abstand. Und damit ist man auf das Ziel von ungefähr 860 ausgelieferten Flugzeugen in den letzten zwölf Monaten gekommen. Das entspricht einem Wachstum von fast 8% im Vergleich zum Vorjahr. Und es ist ziemlich beeindruckend. Der Stress war hier in den letzten vier Wochen des Jahres nötig, weil auch bei Airbus im Jahr 2019 natürlich nicht alles glatt lief. Die überaus erfolgreiche A320-Neo-Familie bringt zwar langsam aber sicher ihre Triebwerksprobleme hinter sich. Gerade der A321-Neo, der jetzt schon eine ganze Weile mit der sogenannten Cabin-Flex-Option verfügbar ist, machte über das Jahr hinweg allerdings Probleme beim Thema Kabinenausstattung. Und das brachte wieder Verzögerungen mit sich und so weiter und so fort, sorgte dafür, dass man das eigentlich geplante Auslieferungsziel von 890 Flugzeugen definitiv nicht mehr erreichen konnte. Aber für das dann runtergeschraubte Ziel von wie gesagt 860 Flugzeugen hat es jetzt mit wahrscheinlich genau 863 Flugzeugen gerade so gereicht. Also gut, das bedeutet aus 806 ausgelieferten Flugzeugen werden jetzt bei Boeing wahrscheinlich nicht mal mehr 400 und aus 800 Flugzeugen bei Airbus im Jahr 2018 werden jetzt höchstwahrscheinlich 863. Der Vergleich zum Jahr 2018 ist damit ziemlich beeindruckend, oder nicht? Diese Auslieferungszahlen sind übrigens so verdammt wichtig, weil der Flugzeughersteller eben erst bei Auslieferung des jeweiligen Flugzeuges den Großteil des Kaufpreises vom Kunden erhält. Und das entwickelt sich bei Boeing aktuell zu einem ziemlich unangenehmen Problem, denn mit fast 400 737 MAX, die zumindest laut Liste im Schnitt etwas mehr als 120 Millionen US-Dollar kosten, hat man sich in den letzten zwölf Monaten fast 50 Milliarden US-Dollar aktuell mehr oder weniger totes Kapital auf den Mitarbeiterparkplatz gestellt. Die ganzen Flugzeuge sind zwar jetzt kein Müll und Boeing hat ja auch in den letzten zwölf Monaten nicht nur Däumchen gedreht, aber die finanzielle Nummer, die hinter einer so riesigen Anzahl an Flugzeugen steht, ist sicherlich auch für ein Unternehmen wie Boeing eine nicht wirklich kleine Belastung, die man lieber heute als morgen loswerden sollte. Gleichzeitig ist das Vertrauen in den Flugzeugbauer und seine Flugzeuge massiv angekratzt, was sich auch in den 2019 eingesammelten Neubestellungen erkennen lässt. Hier gibt es zwar auch noch keine bestätigten Werte, das kommt auch alles in den nächsten Tagen, aber Airbus wird hier höchstwahrscheinlich ziemlich dicht an 1000 Neubestellungen kommen, was schon ziemlich beeindruckend ist. Zu den 718 schon im November bestätigten Bestellungen in den ersten elf Monaten des Jahres 2019 gesellen sich nochmal 100 Flugzeuge von Spirit Airlines aus den USA. Dazu kommen noch weitere Bestellungen von Air France, KLM oder auch United Airlines. Bei Boeing hingegen hatte die Zahl aus dem November noch das falsche Vorzeichen. Da stand ein Minus. Es gab mehr Stornierungen bei den Flugzeugen als Neubestellungen und das ist natürlich schlecht. Wird sich aber bis zum Ende des Jahres höchstwahrscheinlich nicht mehr geändert haben, sodass man da irgendwo bei minus 60, minus 70 Flugzeugen rauskommen wird. Das kommt halt jetzt darauf an, wie viele Unterschriften man eventuell noch sammeln konnte. Ich habe jetzt aber nichts davon gehört, dass beispielsweise die International Airlines Group ihre 20737 Max Interessensbekundung noch 2019 zu einer Bestellung umgewandelt hätte. Das ist jetzt aber auch eine ganze Menge Spekulationen. Gerade wenn es da um die Neubestellung geht, sind vielleicht so ein paar Sachen dabei, die wir noch nicht mitbekommen haben. Aber wie gesagt, in den nächsten Tagen wird das ja dann alles veröffentlicht. Ansonsten ist das hier erst einmal aktueller Stand der Dinge. Eine Sache darf man aber nicht vergessen. Auch wenn sich diese Lücke zwischen Airbus und Boeing in diesem Jahr wirklich gewaltig anhört und auch gewaltig ist, das sollte man nicht überbewerten. Denn nur mal angenommen, Boeing dürfte jetzt im nächsten Monat aus welchen Gründen auch immer die 737 Max wieder ganz normal ausliefern, dann haben die ja schon 400 Flugzeuge davon auf dem Hof stehen. Und das sind dann natürlich 400 schnelle, einfache Auslieferungen für das Jahr 2020, die dafür sorgen würden, dass Boeing ziemlich sicher 2020 auch wieder der größte Flugzeughersteller der Welt sein wird. Langfristig ist da jetzt gerade viel interessanter, was dann bald irgendwann mal nach dem A320 beziehungsweise nach der 737 auf den Markt kommen könnte, beziehungsweise auch natürlich auf den Markt kommen muss. Denn während Airbus jetzt gerade mit Ausbaustufen der A320 Neo-Familie, allen voran natürlich der A321XLR, wichtiges Geld und wichtige Kunden an Land ziehen kann, um zu investieren und um zukunftstaugliches Fluggerät zu entwickeln, währenddessen sitzt Boeing halt mit der 737 Max daneben und bremst sich damit aktuell aufs Übelste aus. Wir beobachten das weiter, da wird eine ganze Menge passieren. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes für euch mit dabei. Und dann geht heute noch ein sehr, sehr großes Dankeschön raus an die zahlreichen Patreon-Mitglieder, die neu mit dabei sind. Vielen lieben Dank an euch für eure sehr großzügige Unterstützung. Zweimal Sven war dabei, Ulrich war dabei. Danke auch an Carlos, an Moritz und an Sascha. Und auch ein Dankeschön an Ich-bin-s-doch-neu, was auch immer dieser Benutzername bedeuten soll. Vielen lieben Dank und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis dann, lasst es euch gut gehen.